Musik Ich bin Mitglied des Haushaltsausschusses der AfD-Bundestagsfraktion. Und zwar dort Obfrau. Das ist wie Klassensprecher. Das bedeutet, dass ich mit den anderen Klassensprechern der etablierten Parteien die Themenbereiche abstecke, was im Haushaltsausschuss im Einzelnen diskutiert wird oder auch nicht. Musik Es ist eine schöne Herausforderung für mich, Mitglied des Haushaltsausschusses zu sein. Denn der Haushaltsausschuss bestimmt darüber, wie das von allen Deutschen erwirtschaftete Geld ausgegeben wird. In Deutschland und auch sonst überall in der Welt. Musik Ich bin als einziges Mitglied der AfD-Bundestagsfraktion Hauptberichterstatterin. In Bezug auf die Einzelpläne, Auswärtiges Amt und Gesundheit des Haushaltsausschusses. Das bedeutet, dass ich dafür verantwortlich bin, Berichterstattergespräche mit Ministern, in dem Fall Herrn Spahn und Herrn Maas, vorzubereiten, einzuladen, die nachgeordneten Behörden, Mitglieder der anderen Parteien und überhaupt die ganzen Berichterstattergespräche zu leiten. Musik Was mir ganz wichtig ist, ist für die Menschen in Deutschland die Lebensverhältnisse zu verbessern. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020